Also selbst wenn du den kriegst dann schaubt er dich ab. Ja, ob der so da steht! Der guckt einfach zu. Der denkt sich auch einfach, oh, das hört jetzt auch wieder in unserem YouTube-Buch an. Dead fucking BM, dead fucking BM, dead dead fucking BM. Hi meine Curies und willkommen zu einer neuen Folge von Crack Survivor Games, heute mit dem lieben Julien BM zockt. Jaujau, hey hey. Wir kommen bis jetzt gleich in der ersten Runde wieder, bis gleich! Günther ja auch. Günther ja auch. So, dann beginnt es auch direkt los. Ich hab ein Steinschwörter, Junge, Alter. Ich hab auch ein Steinschwörter, ja klar, oh shit, Jesu Gott! Ja klar, ich, 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 ich will dich ja... Oh neeeeeeeez! Ist du tot? Nein, oh ne, oh ja, okay. Ja, aber nicht, da bin ich, da bin ich, da bin ich! Oh, hallo Hallo Hast du ne Hose? Ja, ne Hose für meinen dicken Schwanz wär schon nice Hast du für mich einen Helm für meinen Dickschädel? Nee Oder eine Brust für meine fetten Möpse Ja, da, da, der hat ne Brust für meine fetten Möpse Ja, Alter, den kriegen wir noch nie Den kriegen wir locker, Alter Wir hitten den voll gut, Alter Junge, ich sag doch, wir kriegen den Lol, was? Alter, rein, 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 rein Hast du den guten Stuff und der verfolgt mich Wo bist du? Warte, warte, warte Du musst irgendwie umdrehen können Warte, ich zieh erstmal die dicke Diamantbrust an So, Penn halt Okay, warte, wo bist du? Ja, ich werd sterben Nein, nein, renn, Alter, ich lass dich nicht Ja, ich renne, ja, ich bin tot, ich bin tot Nein, 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 nein Ja, du ziehst erstmal deine Diamantbrust an, ich bin am Frecken, Alter Ja, Alter, ich hab mir so gedacht, ich brauch Rüstung für den Kampf mit dem, aber nein Was soll ich denn machen? Soll ich so, oh, total, ohne, draufgehen, Alter Ja, da hätten wir zusammen draufgehen können So, ich hab jetzt zwei Diamantbrust Jetzt können ich hier ne Tod, Alter Untertitel, töte ihn Du gönnst mir, ne, ne, ich bin jetzt richtiger Günter Jauchen Untertitel, töte ihn Ich bin jetzt der richtige Günter Jauchen, zerstör alles Ne Wenn der jetzt nicht mehr sagt, dieser Anglmensch Töte ihn Untertitel Ach, der heißt Untertitel, ich dachte, ich soll da so nen Untertitel einblenden, wo steht töte ihn? Nein, 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 der heißt Untertitel Ich denk mir schon, warum soll ich nen Untertitel einblenden? Warte, dumm, komm, guck doch nicht in die Kiste, töte ihn Das ist russische Untertitel, irgendwie die ganze Zeit, weißt du Warte, und Du, 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 du Alter, ohne Schein, dieser Untertitel, wie viel von meinen Deadshots will der noch fressen? Los, Gametainment, töte ihn Das war ein Tipp Den krieg ich auch, den krieg ich auch, den krieg ich auch Junge, yo, 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 ich zerstör einfach alles Als ob das so schlecht ist, Alter Hä, als ob ich einfach so gut bin Der kommt einfach zu dir und der folgt im Arschungsmoment, du hittest ihn erstmal so dreimal So, warte mal Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir Nein, Spaß, weiß gar nicht Spaß Bist ne, bist ne richtig, bist ne richtig, äh, dummer Dude, Alter So, ich hab übrigens auch nen Gold Wieso schmeiß ich Pfeile im TNT weg, Alter, bin ich dumm? Ja Ich bin Dumbo Ich bin richtiger Dumbo Der kommt übrigens, aber jetzt kommt eh das System mit Ja, der soll ruhig kommen, ja, ich seh seinen Namen, okay, Alter, bist du bereit? Ich bin seelisch bei dir Okay, gut, 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 ich zerstör ihn jetzt, Alter, ich zerstör den jetzt so richtig Ich Günther jauche ihn Richtig? Von der Stufe eins bis siebeneinhalb, wie viel? Zehn Alter, gibt's gar nicht so dumm Kopf Aber der hat sogar so nen dickes Schwert, Junge Ne, kann ich nicht Günther jauchen Junge Alter, der gibt dir aber voll Ja, der hat aber noch dieses Schwerste Eisenschwert Ich bin jetzt eigentlich nicht Das ist der Horizon Lights, ey Boah, yo, Alter, der rackt dich richtig Ey, der ist voll gut, Mann Ich glaub, du hast mehr Schaden bekommen, als er, durchs TNT Ah, schade, hättest ihn rumgehittert, dann wärs vielleicht was geworden Einfach zu tun So, dann geht's auch schon Oh, ich soll den Entendem ausmachen So, dann geht's ja schwierig weiter auf der Map Irgendwas, ich hab keinen Plan, ich hab ne Schaden so n bisschen verpönt, aber Ja, ich werd sofort sterben wahrscheinlich, weil ich hab kein Schwert Und alle anderen hinter mir haben ein Schwert Ähm, ich hab... Die werde mich töten, glaub ich Ich hab 50 Helme Ich hab, ich hab nen Schwert gefunden Ich bin richtig... Ah, ich hab auch nen Schwert, ich hab auch nen Schwert jetzt Alter, ich bin richtig gut gekrippt, wisst du? Ich hab nen Bogen sogar Und, Alter, Junge Alter, komm zu mir Ich bin echt nicht gut gekrippt eigentlich Find mich, ich bin der beste Crypt im ganzen Spiel, ich schwör Ich schwör auf Amina Amina Da sind ja 1000 Leute drin Ja, und wo bist du davon, ha? Ich weiß nicht, ich bin nicht mal drin, ich bin... Oh, hier ist jemand, okay, ich bin tot Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Bist du das, ja? Ja Man Team ist voll... Aber, aber... Also... Team ist voll kacke, wenn man keinen Teampartner hat Ja, aber ich hab grad für ihn zerlegt, also... Ich glaub, du bist einfach schlecht Nee, ich hab einfach mega Pech mit den Kisten, du hast aber immer so ein QSG Nee, du bist einfach... Du bist einfach richtig schlecht, ja Daran liegt's einfach Ich brauch 5 Kisten, um an ein Holzschwert zu kommen, du Penner, Alter Ja, du bist schlecht Trinier doch einfach mal dein Glück, Alter, das ist doch alles Im Baum oben ist der Kiste, die hab ich noch nie gelootet, ich wusste gar nicht, dass die da ist Hier soll man die denn bitte finden, Alter, was ist das denn? By the way, für alle, die von euch BM gar nicht kennen, das ist eine ganz coole Dude Und schau auch mal auf den Kanal vorbei, der erste Link in der Beschreibung und ich geh jetzt gegen den Zerstören, Alter Ich geh jetzt richtig gegen den Zerstören, zum Beispiel die da Ja, klar Ist das ein Team? Nee, doch, 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 war glaub ich nicht so, oder? Als ob, als ob der so einen Ping hat Ich hab vorhin den Team zerstört, das war ja Da kommt noch einer, ne? Also, selbst wenn du den kriegst, dann schaubt er dich ab Ja, als ob der so da steht Der guckt einfach zu Der denkt sich auch einfach Oh, das kommt jetzt auch in unserem YouTube-Buch dran Wie so ein Lüderkampf, Alter, der guckt einfach so zu Wenn ihr so, wenn ihr so clasht und fightet Steht der, wirst du dann alles, was er macht ist im Zukunft Oh, das macht aber gut Der ist der Dummkopf, Alter Oh, stirb doch einfach, Junge, friss meine Deadshots Deadshots Yo, Alter, wenn du den jetzt doch kriegst, Alter Der stellt sich aber mega dumm an, was ist das für einer? Mega der Dummkopf, ja, einfach Mega der Dummkopf, Alter Gewonnen einfach, GG Okay, Leute, wir sind zur nächsten Runde, bis gleich Und soweit geht's auch schon wieder auf Bayview Ne, auf, ne, auf Güterio auch, Alter Ich muss aber sagen, ich hab drei Kissen sofort am Anfang Und hab tatsächlich schon zwei Steinschwerter Ich muss sagen, ich... Das ist ziemlich krass Ich muss sagen, ich hab so ne Schwer... Oh! Ich hab ne Diamantbrust Ähm, wo bist denn du? Wo dudest du grad so ein bisschen rum? Nur noch ein Eisenhelm oder ein Goldhelm, da hab ich die bessere und wir spielen schon Läuft gerade ganz gut Ja, ich, ähm... Du killst anscheinend auch schon, ist gut Komm schon an den Helm Ja, ich... Überlegst du? Ich muss sagen, ich kill grad ein bisschen Äh, jein Wo bist du denn? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Äh, ich... Ja, das ist schwer zu beschreiben Wo soll ich sein auf der Map? Ähm, beschreib die Map, beschreib die Map Sind bei dir Blöcke? Ja! Okay, okay, okay Ich glaub ich weiß, wer du bist Ja! Okay, weil, ähm... Doch, da bist du! Sieh, Alter, ich hab doch gesagt, ich weiß, wer du bist Ähm... Warte, hab ich für... Ja, ich hab was... Ich hab was für deinen Dickschädel Hier, und hinter dir kommt einer Hinter dir, hinter dir, hinter dir Hinter dir, hinter dir, hinter dir Hinter dir, hinter dir, hinter dir Okay, okay, dann auf den, auf den, auf den, auf den Okay, okay, das sind zwei, aber das sind zwei Egal, egal, egal Nee, Alter, lass die Dudes klatschen Lass die... Nee, du bist nämlich hinter mir Ich... Das ist ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team Oh, bist du, bist du, bist du... Ja, wieso willst du dir auch klatschen, Mann? Ja, siehst du? Junge Der eine hat sich aber ausgelockt Ja Und du hast den Kill bekommen Ja, genau so klatscht man heutzutage So... Ja, das ist so ne Scheiße Der leugt sich einfach aus und du kriegst nen Kill Ich hab den letzten Hit gemacht, das ist wohl unfair Ja, Pech Äh... Sind wir eigentlich bloß noch alleine, oder? Hier, Spieler Oh, vier Ich hab einfach Goldapfel drin mit dem Bogen, Alter Ich hab auch nen Goldapfel Dann war voll die krasse Kiste Ja, äh, krasse Dudeskiste Okay, wir haben bloß noch ein... Junge, Alter, wenn wir die Runde jetzt auch noch gewinnen Dann sind wir echt schon... Da sind wir krasse... Da ist einer Dann sind wir echt schon so krass wie Günther Jauch, würd ich sagen Warten wir einfach aus Deathmatch, würd ich sagen Nee, ich erfolge den jetzt Nein, lass es lieber, sonst stich nur Nee, ich sterb jetzt nicht Alter, das ist Oreo und 666, Junge Da sterb ich doch nicht bei dem Ja, der packt nur so nen Oreo Kekse Ich komm mit zu Hilfe Ich schwör, der hat mich echt gekillt Boah, ich hab dich geboostet, Alter Juhuhe, ich will... Pass auf... Alter, Oreo und 666 Du denkst du, der ist ne Oreo Kekse, aber nee, nee, der ist besser Der isst mehr als Oreos Der isst ein bisschen mehr... Der isst, glaub ich, Bockwürste Ich weiß nicht warum, aber der isst Bockwürste Was? Keine Ahnung Der guck, ich hab da gesagt, lass den in Ruhe Was machst du? Komm, lass mich kämpfen erstmal Wenn du nicht so gut bist Also wenn ich vollgereckt halt Ja, wer ist hier nicht gut, ja Wer hat hier zwei... Ich mein vollgereckt Ich mein vollgereckt Ich mein gut, ich mein gut in der Gesundheit Nee, ich bin immer gesund Ich kann gar nicht krank werden, ich bin Cube Oh Oh Du warst doch kurz krank Nee, ich war nicht krank Komm mir nicht hin, ich schläge Das war nur ne... Das war nur ne Ausrede, hab ich zu faul beim Videos zu machen So Der is tot Ja Okay, okay, okay Also ich wollte zu fair machen, aber okay Hä, 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 hä Oh nein Unfair, ich hab keinen Fall Na bitte nicht, na bitte nicht Ah, Leute Was Zwei von... Zwei von... Zwei von drei Runden gewonnen, okay Ähm Was war los, Alter? Gigi auf jeden Fall Orient 6x Auch gut, äh, Gigi an dich Ich hätte dich auf jeden Fall nicht gepackt, wenn... Wie, äh, mein Direktor Nicht zur Hilfe gekommen wär Und ich würd sagen, das war eigentlich Jetzt drei richtig nice Runden War vielleicht ein bisschen kürzer das Video Aber trotzdem richtig nice Und... Lasst doch ein Like da Schaut bei mir am vorbei Gibt's auch richtig freshe Videos Und auch schon vielleicht etwas mit mir Vielleicht etwas Masterbilders mit mir Wer weiß Und auf jeden Fall Lasst ein Like, wenn es gefallen hat Schaut bei mir im ersten Link in der Beschreibung Bis zum nächsten Mal Ciao Meine Lieben Wieso verpennt ihr alle euren Einsatz? Cubis